Ahhhh! Nein! So... Oh! 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 So weit sind die ja gar nicht. Ähm... Ich hab vergessen, wie das ging. Scheiße! Ähm... Wie ging das nochmal mit den Spillen? Warte... War das nicht so? Hä? Wie ging das denn nochmal? Hallo? Äh... Äh... Ich hab's doch grad versucht. Warum kann ich das denn nicht bewegen? Ah! Ah! So war das. Ich Idiot. Arschloch. Arschloch. Ja, ja, ist ja... Wär auch zu leicht gewesen, wär das das jetzt alles gewesen. Ähm... Ich muss schon wieder Jahre fahren. Shit, hier per Zufall irgendwo ein Fahrrad, wo ich nicht einen Erwachsenen runterhauen muss. Ich hau nicht wieder einen Erwachsenen runter. Kann ich mich ranhängen? Ich bin nicht schnell genug. Brumm... Schnellstes Leber-Service-Dings ever! Warte... Ähm... Irgendwie hab ich das Gefühl... Mein Sprühdings reicht nicht. Ups. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch mehr herkrieg. So ein Arsch... Irgendwie... Was muss ich jetzt? Warte... So ein Arschgesichtiges... Dafür hab ich die Bilder... Erst recht, hab ich solche Bilder nie gemacht. Aber dafür hab ich die Bilder schon gar nicht gemacht. Kaufe mir Sprühdosen. Jetzt sind die auch noch beleidigt. Ich würd grad sagen, jetzt krieg ich auch noch Ärger, weil ich das wegmache. Das hätte ich ja nicht... ...zugelassen. Hey! Ich hätte gern... Genau. Oh, ich wollt grad sagen... Wie kostet das denn? Aber das ist hier gar nichts. Ich doch nicht. So, wo muss ich als nächstes hin? Hä, war ich da nicht gerade? Hä? Hä? Was? Hat das nicht geklappt, weil's leer war? So, und jetzt da hinten hin. Oh, Alter! Ja. Ähm... Wo muss ich als nächstes hin? Ähm... Ähm... Um die Ecke nur gut. Ähm... Ja. Bin ich gut drinnen. Hier war ich doch noch gar nicht. Was? Was zur Hölle? Oh, alter Schwede! Warum? 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 Was zur Hölle geht hier ab? Ach... Er ist mit dem Polizisten beschäftigt! Also... Ach, ich soll das aber dran lassen. Weißt du, das ist in Ordnung. Ist okay, ich mach erstmal das um. Mir läuft die Zeit davon und das ist so unfair. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich weiß zwar nicht, was die anderen von mir wollten. Waren die beleidigt, weil ich hier das Mädchen überall malen wollte oder was? Okay, und jetzt wieder zurück. Erst recht, die Zeit ist zwar noch schön goldig, aber da kommen bestimmt noch ungefähr 800 Plakate dazu. Oh, da liegt er immer noch. Guck, da ist schon wieder das... Hä, wieso? Ach, weil er schneller ist als ich. Ich sehe schon. Ach, guck mal, da ist er schon wieder an mir vorbeigerannt. Oh, ich verprügele ihn gleich einfach. Das ist mir egal. Ich schwöre, wo ist der Typ? Lass mich doch mal in Ruhe. Was will der denn jetzt von mir? Oh, alter. Ach so, ja. Das ist okay. Ich wollte gerade sagen. Dün, 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 dün. Jetzt hole ich mir meinen Kuss wahrscheinlich wieder ab. Ich bin mir relativ sicher. Hallo. Juhu. Ich bin gleich da. Also, eigentlich, kurz gesagt, alles, was ich mache, tretet mir so in den Arsch, weil ich dann wieder was dagegen machen muss. An sich kämpfe ich die ganze Zeit gegen mich alleine. Das ist dumm. War ja klar. Ja, ja. Nicht wahr? Mach ich immer so. Ähm, ich wollte mal gucken. Tada. Guck mal meine wunderschöne Wand an. So. Wie viel Zeit habe ich? Eigentlich müsste ich noch genügend Zeit haben, um wieder die... Ups. Nee, bist du verrückt? Äh, um wieder... die Lieferung zu machen. Aber leider habe ich kein Fahrrad per Rad. Ich meine, die haben ja alle hier so eine... Oh, ein Fahrrad. Nein. Habe ich ja noch nie gesehen. Muss ich gleich klauen. Ups. Entschuldigung. Rein da. Oh Gott. Hä? Ach, das war gar nicht hier drinnen, ne? Ups. Hä, war das nicht hier drinnen? Wo war das denn? Oder darf ich nicht mehr? Oh. Da gibt es Informationen. Aber ich wollte hier sein. Hä? Ich dachte, das war hier drinnen. Nicht? Ja, vielleicht darf ich auch doch nicht mehr dann. Dann halt nicht. Dann gehe ich jetzt schlafen. Dann war das halt doch zu spät. Viel zu spät. Bisschen. Fällt mir ein, wir haben... War das Gary? Oh, das auch. Information. Ah, ja, okay, ja. Na, man muss hier Prioritäten setzen. Stehempfang in Harrison House. Montag ab 19 Uhr. Nur für geladenen Gäste. Astro-Müben-Club. Treffen aufgrund der Angriffe. Ja, 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 ja. Ups. Übergriff gegen das, was Leute gemacht. Spaß sind aber verboten. Äh, 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 okay. Egal. Oh, Ratten. Oh, Alter, ist so schön immer hier. Mal gucken. Alles wieder voll machen. Didi, okay. Nachti. Welch eine wunderschöne Sammlung. Eine fehlt wahrscheinlich noch. Hm. Hm, 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 hm. So, was gibt's jetzt noch als das große Spiel? Ups, das war ich nicht. Egal, was du sagst, das kann ich gar nicht gewesen sein, so wie er geflogen ist. Also, wenn das meine Schuld ist, dann bin ich echt krass. Hä, war das große Spiel nicht hier? Immer dasselbe. Ich lauf hier rein und dann ist es da hinten und jetzt geht's nämlich richtig los. Hab ich gespeichert? Ja, hab ich. No, sei nicht so gemein. Hast du das gehört? Uh, mein Fahrrad. Uh. Was kreischen die denn so? Vielleicht kann ich das ja irgendwie in der Nähe parken und das nächste Mal, wenn ich die Mission mache, hab ich gleich so ein Fahrrad in der Nähe. Oh, das wär doch krass. Ganz unauffällig. Irgendwie ich stell das hier so hin. Fehler steht da nachher nicht mehr. So. Jetzt bin ich zwar weit weg, aber dann hab ich gleich ein Fahrrad. Ah. Das wäre doch himmlisch. Hallo. Ach, und die anderen Schüler sind egal natürlich wir, ne? Wie immer. Immer auf den Arm. Klein. Jung. Ich schwänze nicht. Kunst. Oh, bist du verrückt? Geh mal nicht zur Kunst. Jemals. Heyo. Ach, hier ist falsch. Das ist wieder bei den... Mein Fehler. Bei den Nerds. Juhu. Bei den Strebern. Die Nerds zu nennen ist eigentlich gemein. Nerds sind krasser. Ab zu den Streber. Ja, Candy von Ohio. Du wärst eine fairer Frau für mich. In diesem kleinen Kuchen. Und mit diesen großen Pfeil von Silicone. Inizialmente, du denkst, wer ist dieser kürzige Freundin? Dann würde ich in die Barre impressieren Sie mit meiner suavität? Suavität? Um... My suavability? How suav I was. Ich bin zurück und sage, Warum ist eine schöne Frau wie du in einem Ort der такую copeer? Und du sagst, ich bin auf die Haybbie-Bahn. Hey, Ernest. Oh, er ist nicht möglich. Was ist das? Nichts? Ein bisschen... ein bisschen historie. Cool. Can ich sie sehen? Es ist... Personal. Personal. Das ist interessant. Ja, das... Du das... Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Anyway, hören Sie. Der große Spiel ist heute. Operation Trojan Cow ist bereit zu gehen. Operation Trojan Cow? Das ist mein Hauptplan. Meine Spiele sind bereits die Informationen. Das wird die Abfall der Jocken in dieser Schule bringen. Also, ich denke, ich werde das brauchen. Ist das funktioniert? Ja. Ja. Rendezvous with my agents in the field. Jeho. Was zur Hölle? Ah, was? Ich wollte das nur kurz ausprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich machen musste. Bist du einer? Ne, mit dem muss ich nicht reden. Ja. Ja. Ich bin so dämlich. Ich bin so stolz auf mich. Ich will die nicht sehen. Ich würde es nicht nochmal machen müssen. Hä? Wo hier? Dahinter? Oh, da kann ich natürlich nicht drüber. Ich will jetzt nicht für jeden fucking Typ tanzen, Mann. Ich will jetzt nicht für jeden fucking Typ tanzen, Mann. Ja. Ah, Juckpulver. Krass. So viel zum Thema Karte. Ups. Tada. Tralala. Tada. Tralala. Tada. 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 Reicht das euch? Gott sei Dank. Ne. Uh, ein Gummiband. Uh, uh. Nein, nein. Das Gummiband. Das Gummiband. Jups. Das Gummiband. 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 Okay, also was sollte ich zunächst machen? Mit dem nächsten reden. Der Schildern dahinter. Boah. So viele verschiedene Verstecke hier. Nein. 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 Flasche mit Lein. Krass. Ich bin so episch. So episch. Yeah. Nochmal. Was mit dem Typ da unten? Haut der nicht ab? War ich dir nicht gut genug? Oh, dein Ernst? Krass hart. Der Tanz ist so schwachsinnig. Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt hätte ich meiner vergessen zu drücken. Gut, hau ab. Ich muss mir meine Arbeit erledigen. Kann ich nicht schneller laufen? Das meine ich, ich könnte ihn zum Notfall auch wieder wegscheuchen, indem ich für ihn tanze, aber muss ich wahrscheinlich jetzt auch. Wusste ich's doch.